Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der 3C Carbon Group, Hauptsponsor des HC Landsberg. So, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz 14. Spieltag der Bayern-Liga-Heinspiel HC Landsberg-Rüberkings gegen die Kissinger Wölfe. Hier begrüßen möchte ich erstmal die hier anwesenden Gäste in Kings Room und natürlich die Zuschauer auf Riverkings TV und unsere beiden Coaches. In dem Fall unseren Co-Trainer und Vorstandsvorsitzender der Wölfe, Michael Rosin. Herzlich willkommen zum ersten Mal hier im Landsberg-Eichstattel. Und natürlich Randy Neal, unseren Headcoach. Endstand des heutigen Spiels 7 zu 2 vor 872 Zuschauern in der Ladies' Night war ganz beachtlich. Vorstandshaber noch die anderen Ergebnisse. ESC Gerritzried gegen den ERV Schweinfurt 7 zu 3. TSV Peißenberg gegen den ERC Königsbrunn 1 zu 4. EV Peknitz gegen den EV Füssen 3 zu 4 nach Verlängerung. ERC Klostersee gegen den TIV Miesbach 2 zu 1 nach Verlängerung. EA Schongau gegen den ESC Dorfen 4 zu 5 nach Verlängerung. Und EAF Passau gegen den TSV Erdink 3 zu 0. Landsberg bleibt somit auf dem 4. Normellenplatz. Ja, die ersten Worte gehören Ihnen, Herr Roblesien. 7 zu 2. So haben Sie sich das, glaube ich, hier nicht vorgestellt. Ja, wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich sage mal, dass das heute nicht leicht wird hier. Das war uns allen vollkommen klar. Vor allem auch mit dem jetzt trainierten Kader. Ich denke, ich habe heute angereist, den 5-4-0 weniger. Und heute werden wir spielen. Ja, leider noch mal zwei Verletzte dazugekommen. Mit der Schlüsselbein-Fraktur halt. Und dann fängt man die ganze Saison raus. Der zweite mit der Rippen-Fraktur, so wie es ausschaut. Ja, wie gesagt, momentan haben wir das Skript und das Wort. Und da werden wir auch frei stehen. Mal schauen, wie sich die nächsten Spiele entwickelt und das nächste, nächste Faktor losgeht. Und dann neben sprengen die Mannschaft, die da auf gewersten Positionen gestellt werden muss. Weil wie gesagt, mit dem kleinen Kader braucht es diese Saison natürlich gut zu Ende gespielen. Glückwunsch an Euch. Ihr habt das super gemacht. Meine letztendlich, ich mag mal Euch. Was daran geht eigentlich überhaupt keine Karten. Und dann kommen letztendlich da wieder stärker, wie sie normalerweise haben, auch wieder ausspielen. Nach 60 Minuten mit den wenigen Leuten an sich ja auch am Ende der Kräfte. Insofern hoffen wir auf Sonntag. Schauen wir mal, was der Sonntag flägt. Und ja. Dankeschön. Ja, Rendi. Hinspiel in Bad Kissingen war eine Niederlage. Jetzt geht es in Rorschwieden zu 2. Dein Vater ist es. Servus bei Nantes. Ja, zum Spiel heute, dass wir gewusst, wie stark Kissingen jetzt in der Offensive ist. Der Tormann ist ein sehr starker Tormann. Wir haben uns in dieser Woche eigentlich ganz gut vorbereitet. Wir wollten die Scheibe tief spielen. Wir wollten die Scheibe hinten der Gegner bringen. Und wir haben das sehr gut gemacht. Wir haben die Jungs gespielt. Wir haben die Geschwindigkeit hochzuhalten. Und die Kampfmöglichkeiten von der sehr gefährlichen Fissinger-Mannschaft. Weil wir tanzen mit Wenigleit. Die Gantie starken waren alle dabei. Und das sind nicht im Sonsten. Erste, zweite, vierte oder vierte. Was war siegende Torse? Sonsten. Und wenn die Leiters ist, das heißt es gut. Es ist viel auch nice. Aber wir haben uns ein Job getan, was wir wollten tun. Und dann haben wir in der zweiten Minute, in den fünf Minuten oder so circa, versucht, ob wir irgendwie spielerisch was zu erledigen. Und dann haben wir das Treibende kein wenig korrigiert. Und dann wusste ich schon, dass wir rausgekommen in der dritten Minute. Und sehr, sehr disipliniert gespielt. Wir haben gespielt, dass wir gewohnt sind. Und dann haben wir auch schon mal eine, Wally 3, Block ganz kurz, muss ich sagen. Und eigentlich alle gesamte, wichtige Punkte, die wir für dich haben. Danke schön. Kommen wir noch kurz zum Kader. Ohne Bauer und ohne Miele, die waren gerade beruflich behindert. Sven hat angefangen, war aber dann relativ schnell schon wieder durchspunkt gezogen. Auf der anderen Seite der Scheiße gestanden. Ja, mit den Dennis da ist in Mexiko und den Gruppen unterwegs, die Sven, haben das great Formspiel. Was machen wir, weil das richtig krank war und wir haben nicht gewusst, wie lange der Rasmassi nutzt Türk. Sein erstes Spiel hier, eigentlich die nächste Zuflue, aber ich muss schon sagen, sehr gut verkraftet. Es ist ein guter Türkei gekommen und es hat einen Job einfach gemacht. Und dann noch der erste Büro, der Sven, hat mir entschieden, dass wir diese Gäten Eiswürde und sie versuchen, ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das ist ein bisschen besser. Ich hoffe, dass es am Sonntag sehr gut ist. Das ist ein positive Maxi Gäste Schmiel. Er hat einen Training auf Ninsach. So viel Gas geheben ist er. Er hat einen Training auf HP-Stone. Und dann er hat es keine Wolves. Der Luft hier hat es drin. Von der Handelindrahmen ist es sicher. Und es ist ein Konflikt. Und es ist ein Pinnig sehr froh. Und es ist bereit für die Mannschaft. Und es ist Brauchmann. Ein Stück in der Tate Brauchmann. Und so. Es ist das Maxi Gäste. Besser als mit 7 zu 2 kann man, glaube ich, nicht in die Rückrunde starten. Bleibt mir noch auf ein paar Events hinzuweisen. Und zwar gibt es wieder ein Klassenkreffen. Diesmal 4.0. Drummy ist wieder on board. Am 16. Dezember. Der Gegner ist dann der EV Füssen. Wir haben auch schon mit Füssen Kontakt aufgenommen. Wir wollen diesmal volle Hütte haben. 2.000 plus x Gn. Unser Wunsch ziehen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Dann haben wir natürlich nochmal ein Event. Und zwar eine Auswärtsfahrt. Am 28. Dezember. Veranstalten die ehemaligen Barbarostler. Eine Auswärtsfahrt in die Scheune nach Grafing. Zum IHC Klostersee. Und da würde es uns auch freuen. Wenn sehr viele Fans sich anmelden. Wir haben die Chance, dass wir sogar zwei Füssen bekommen. Und am Klostersee waren wir schon ewig nicht mehr. Deswegen einmal eben Klassen treffen. Bitte nur Propaganda. Wir werden sie auf der Homepage nochmal setzen. Wir werden sie in die Zeitung setzen. Wir wollen eine volle Hütte haben. Und mächtig viel Spaß gegen Füssen machen. Ja. Dann bleibt nur noch Ihnen eine gute Heimfahrt zu wünschen. Nach Hause nach Bad Kissingen. Hier wünsche ich natürlich wieder Folgen. Im Pegnitz. Ist nicht einfach immer da oben zu spielen. Im Freiluftstadion. Und ansonsten allen ein schönes Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus